So, Papi, mal ein Video für dich, ein Film. Also, wir sind jetzt hier in Gutjem. Das ist eigentlich unser Ort, wohl der schönste kleine Ort. Vielleicht kannst du dich ja jetzt hier an irgendwas erinnern. Hier unten ist der Hafen. Und hier könnte man auch fahren, so eine kleine Tour nach Christiansöl. Also, da hinten, da wo die Berge sind, dahinter ist unser Campingplatz. Ein wunderschönes, kleines Fischerdörfchen.